Hallo und herzlich willkommen zurück zu den Sims 4 und der Sister Egg Challenge. Ja, die Mädels müssen ein bisschen aufräumen, wie ich hier sehe. Was ist denn hier los? Na Gott sei Dank, Mandy räumt jetzt ein bisschen auf, das ist sehr gut. Ja, die Mädels sind ausgeschlafen, beide sind wach, haben Hunger und machen nun erstmal Frühstück, räumen ein bisschen auf und wir gucken direkt mal kurz, was beim Paolo geschehen ist. Denn der Paolo hat sich mal wieder in die Hose gepinkelt. Naja, was soll er auch anders machen, ne? Das ist ja schon ein ganz Armer eigentlich hier. Kriegt aber jetzt auch so langsam Hunger und Hygiene lässt halt sehr, sehr zu wünschen übrig. Keiner kümmert sich um ihn, keiner vermisst ihn irgendwie. Ja, sehr schön. Ach ja, warum haben wir die Rechnung eigentlich noch nicht bezahlt? Das ist jetzt die Frage. Kann ich das mit Mandy jetzt mal machen? Bitte jetzt einmal Rechnung bezahlen. Ich weiß nicht, warum die Mädels das nicht machen. So, du darfst natürlich zu Ende kochen. Endlich, endlich wurde sie bezahlt. Das hat jetzt aber auch echt Ewigkeiten gedauert. Oh, die sind alle inspiriert. Sehr schön. Die Mandy ist auch noch hier. Ja, die wartet auch aufs Frühstück. Es regnet ein bisschen. Ja, heute ist ein segnersicher Tag. Die ganzen Sims laufen hier schon mit Schirms um. Guck mal, wir könnten eigentlich auch mal auf die Sollschuhbahn, ne? Wenn die direkt daneben ist, wäre das gar nicht mal so schlecht. So, seht zu. Wir haben alle Hunger. Hunger, Hunger, Hunger. Ja, irgendwie ist sie glücklich. Wo ist sie denn so glücklich? Weil es so schön ist. Und wie frisch. Frische Zutaten. Ja, das kann einen durchaus sehr, sehr glücklich machen. Einen Schirmständer kaufen. Ein Bausteine-Spiele-Tisch. Okay. Ja, du bist beim Kochen. Beschwer dich nicht. Koch zu Ende. Das ist total seltsam. Manchmal hören die einfach auf zu kochen. Guck mal, hier sind sogar zwei. Guck mal, die kann auch kochen. Können beide kochen. Warum nicht? Genau. Kocht mal bitte alle. Äh, hallo? Du hast ange... Die fangen an zu kochen. Und machen nicht weiter mit kochen. Wieso? Was denn? Du hast eben gerade da auch gestanden. Weil das vor dir steht? Ernsthaft? Kann ich das nicht im Müll hauen? Nee, kann ich nicht. Kannst du jetzt weiter kochen? Was hast du denn? Da ist doch gar nichts, was dich irgendwie stören könnte. Fortsetzen. Ja, hier, dann so. Dann bitte so. Mach's halt auf den Boden. Guck. Jetzt stellt sie es nämlich wieder darauf auf. Total seltsam, oder? Mega komisch. Naja. Wie dem auch sei. Ja. Sie wurde zumindest zum Essen gerufen. Das ist schon mal sehr gut. Was ist denn hier? Was ist denn das? Schüsselföhn. Wir haben doch gar kein Haustier. Ja, Mensch, das war ein lustiges Glas Wasser. Ha! Wie lustig doch Wasser sein kann. Du solltest eigentlich was essen. Gericht nehmen. Und Zelda, die ist im Stehen anscheinend. Das sieht aber auch gut aus, ne? Also ich finde, das Essen sieht wirklich gut aus, ne? Da kann man sich echt nicht beschweren. Finde ich gut. Würde ich auch essen. Auf jeden Fall. Ja, lecker. Lecker, lecker. Ausgezeichnet. Sie sollte die Köchin sein. So, es ist Tag. Das heißt, wir könnten mal jemanden aufs Grundstück einladen. Aufs Grundstück abzuhängen. Wir haben doch da... Genau, guck mal. Ach, die beiden haben wir nur. Nee, wir haben alle. Wir haben alle. Wer... Ich glaube, mit... Nee, mit wem hatte sie sich? Mit denen hatte sie sich ganz gut verstanden, ne? War der das oder war der Anso das? Leo oder war das Vincent? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder war es doch Leo? Nimm mal Leo. Können wir zwei einladen? Können wir sogar zwei einladen. Okay, laden wir mal zwei ein. Warum auch nicht? Vielleicht gefällt dir ja Zelda mal. Dass Zelda mal jemanden kennenlernt. Es wäre auch schön, äh... Wenn die überhaupt können, ne? Das ist die Frage. Alle kommen vorbei. Schön. Wer könnte auch Mandy widerstehen? So, schnell umgezogen. Ich finde das Teil so toll, was sie anhat. Finde ich einfach klasse. So, Schwesterchen. Wir bekommen Besuch. Genau. Mach mal auf hier. Ach, die kommen auch so rein. Okay. Hallo. Guten Tag. Freundlich vorstellen. Wo geht denn der andere jetzt hin? Der geht einfach am PC? Also sowas. Ernsthaft? Ernsthaft? Hallo. So, dann wollen wir mal den Tag verschönern. Und die haben eine lockere Unterhaltung auf Toilette. Sehr schön. Irgendwie scheint das echt schwer sein, zu sein, äh, für Zelda jemanden kennenzulernen. Die haben alle kein Interesse so richtig an ihr. Komischerweise. Die sieht halt auch echt nicht begeistert aus, irgendwie. Verstehe ich gar nicht. Okay, Tag verschönern. Machen wir nochmal beides. So. Genau. Lernt euch mal ein bisschen kennen. Wobei der halt... Ich finde den eigentlich ziemlich cool. Ja. Ah, schön. Was will er denn jetzt? Fernsehen gucken? Der ist total technikbezogen, ne? Unglaublich. Ach, die wollen zusammen Fernsehen gucken. Fernsehen kann halt sehr inspirieren. Genau. Setzt euch doch mal. Ach, die können... Nicht mal leider hier so richtig sitzen. Können sie nur alleine machen. So. Angenehmes Gespräch. Genau. Setz dich da mal hin. Könnt ihr ein bisschen euch unterhalten. Sehr schön. Du musst nur, wenn es dunkel ist, dann weg sein. Guten Tag. So, sehr schön. Okay. Ach. Was macht sie denn jetzt hier? Kochkanal schauen? Ach, die setzt sich einfach dazu. Ja gut, sie kann sich natürlich einfach dazu setzen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Die setzen sich alle dazu. Und quatschen alle ein bisschen. Das ist auch gut. Ja, es scheint ihnen zu schmecken. Ich weiß nicht. Irgendwie wirkt er wirklich desinteressiert an ihnen. Leider. Und den kennt er noch gar nicht. Kennt sie noch gar nicht, besser gesagt. Können wir mal freundlich vorstellen, ne? Hi, ich bin übrigens die Schwester von Mandy. Ah, okay. So, so, du bist die Schwester. Interessant. Die Hausfrau von euch. Alles klar. Und Mandy ist die, die immer weg geht und die Autos hat. Und ja. So wirkt das auf jeden Fall. So, was macht Paolo? Na, der hat noch nicht genug Hunger. Sehr schön. Es läuft. Es läuft auf jeden Fall. Kann man da ein Foto von machen? Das sieht so cool aus. Irgendwie wir alle so schön sitzen und den Tag genießen. Und er, sie steht jetzt auf. Um sich die Hände zu waschen. Ah, gucke mal. Aha. Okay. Mit Vincent plaudern. Vielleicht ist es mit Vincent ja doch besser als mit Leo. Okay. Die scheinen sich irgendwie zu verstehen. Cool. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich war halt, ich wollte eher ihn mit ihr verkuppeln. Na gut. Dann machen wir den mal ein von Herzen kommendes Kompliment. Hat er Hunger? Hat er Hunger? Ach ja, Mensch. Jetzt, wo du es sagst. Okay. Mal gucken, ob der das alles mitmacht, was ich so vorhabe. So. Aha. Kokett. So. Kann er schon einziehen? Nee, noch nicht. Oder bei freundlich? Nach Karriere fragen. Ne, das geht leider noch nicht. Wir können aber tatsächlich mal nach der Karriere fragen. Oh, die Arbeit ruft an, oder? Ja. Was haben sie jetzt vor? Lesen. Gehen die zusammen lesen, oder was machen sie jetzt? Beide kokett. Okay. Kokett ist schon mal gut. Kulch. Genau. Komm, ich lese dir was vor. Ja, die können wir einfach mal plaudern lassen. Das läuft ja gut. Das hätte ich nicht gedacht. Was macht sie jetzt da? Trinken. Du sollst dich mal um den anderen eher kümmern. Gott, wir müssen das Restaurant eigentlich schon aufmachen. Komm, machen wir mal das Restaurant auf. Eröffnen. Vielleicht können sie auch heute mal einen Tag ohne die beiden auskommen. Das wäre natürlich auch gut. Okay. Ja, genau. Setzt euch mal ein bisschen dazu und... Oh, nee. Der ist schon wieder am PC. Ich glaube es ja nicht. Ich muss los. Nein. Der muss auch noch los. Anmachspruch. Bevor er geht. Okay, mal gucken. Von Partner schwärmen. Das machen wir natürlich nicht. Okay, bevor er geht. Wenn das Celeb wüsste. Obwohl Celeb... Ich weiß nicht. Vielleicht ist er ja eh... Er ist ein Kuss. Okay, machen wir mal. Oh mein Gott. Der arme Celeb. Aber irgendwie... Vampir ist ja wieder ein bisschen was anderes, ne? Nein. Es klappt tatsächlich. Ich glaub's ja nicht. Ja. Super Mandy. Super duper klasse. So, damit hat's ja auf jeden Fall schon mal einen neuen an der Angel. Das ist schon mal gut. Und jetzt müssen wir die nur irgendwie... Ja. Der muss jetzt irgendwie einziehen. Nummern austauschen. Das wird natürlich schwierig, da mit Celeb zu Hause zu treffen, ne? Das, äh, ja. Freundlich. Auf Wiedersehen. Beziehungs Tipps geben. Bitte nur Freunde zu sein. Das können wir natürlich auch machen. Nach Liebesleben fragen. Kennenlernen. Kennenlernen ist immer gut. Das geht echt schnell bei ihr, ne? Und was hat sie jetzt hier? Sie ist glücklich. Oh, er ist sogar romantisch. Okay. Jetzt müssen wir echt vorsichtig sein. Wir lassen ihn einziehen. Bitten dann nur Freunde zu sein. Und dann können wir Celeb vielleicht wieder einladen. Da muss ich mal gucken. Ob das so funktioniert? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Geschenke Auswahl. Auf Wiedersehen. Angst vor Vampiren zu geben. Nein. Beziehungstipps. Wollen wir eigentlich nicht. Weil es so schön ist. Okay. Oh Mann, oh Mann. Halt! Wo willst du hin? So. Ah, warte mal. Über Existenz von Vampiren diskutieren. Ja, warum nicht? Mal gucken, was der dazu sagt. Da bin ich gespannt. Außer der geht jetzt tatsächlich. Das könnte auch sein. Hey, warte. Ich muss noch mal mit dir diskutieren, bevor du gehst. Warum stellen die sich so komisch hin? Okay. Okay. So. Versäuntlich. Geschenk bitten. Schade, dass das noch nicht funktioniert. Geht leider noch nicht. Naja, machen wir mal ein paar kokette Sachen. Ach, der andere ist auch noch da. Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Hier sitzen und plaudern. Sehr gut. Das machen wir. Während dessen die Zelda ein bisschen ein Glas Wasser trinkt. Wunderbar. Das Restaurant läuft nicht gut, oder was? Wir müssen mal ganz kurz ins Restaurant gucken. Mal gucken. Es kann ja nicht sein, dass das immer nicht läuft und Zelda nicht da ist. Mal gucken. Vielleicht wurde es ja nur nicht aktualisiert jetzt hier bei mir. Das wäre natürlich super. Weil sonst machen wir Minus. Und Minus ist auch nicht so gut. Das geht tatsächlich nur, wenn sie da ist, hm? Sieht so aus. War jetzt zwar, ist schon zwei Stunden geöffnet, aber es ist noch nichts passiert weiter. Na gut. Okay. Dann begrüßen wir einfach mal alle schnell. Begrüßen. Begrüßen. So. Und schon geht es erstmal Minus, ne? Weil wir müssen ja erstmal Lebensmittel einkaufen. Natürlich. Wie sollte es sonst anders sein? Wer ist denn? Ist es Dominik? Das ist Dominik mit wem? Dominik ist da! Alleine. Nicht mit seiner Frau. Okay. Komm. Wir versuchen mal zu flirten. Hi Dominik. Guten Tag. Oh, sie ist schon so unsicher im Flirten irgendwie. Oh nein. Ach ja. Mann. Ja, weil er vergeben ist. Geht vielleicht noch irgendwas anderes. Mutiger Anmachspruch. Selbstsicher. Versuchen wir einfach mal. Oh. Okay. Okay, das scheint er irgendwie gar nicht so richtig beachtet zu haben. Oder die fanden das einfach nur ein bisschen lustig. Okay. Naja. Gut. Wie dem auch sei, wir überprüfen dann direkt einfach mal den Tisch. So. Und hier machen wir das auch. Tisch überprüfen. Sehr schön. Minus. Ja, jetzt haben wir Minus. Minus ist nicht gut. Tisch überprüfen. Dann gucken wir oben nochmal. Oh, das regnet aber noch. Da sitzt bestimmt keiner draußen. Doch, es sitzen trotzdem welche draußen. Scheint ihn nicht so zu stören. Das ist doch auch schön. An der Pinnwand können maximal 200 Nachrichten erscheinen. Wenn du nichts unternimmst, werden ältere Nachrichten automatisch gelöscht. Ja, das ist nicht so schlimm. Das ist okay. Na komm, ihr seid Stammgäste. Da darfst du ruhig mal ein bisschen schneller gehen. Guten Tag. Ach, die waren auch gestern da. Begrüßen auch die Schwanger. Das hätte ich ja nicht gedacht. Tisch überprüfen. Ja, schön, dass sie sich so verstehen. Okay, ich hoffe, wir kriegen da ein bisschen Kohle zusammen. Das wäre ja sonst ziemlich blöd. Die macht das schon, die macht das schon. Ich hoffe jetzt immer, dass das Zelda das erledigt alles. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Bei Paolo ging es halt echt ziemlich schnell mit den Einziehen, ne? Deswegen würde ich jetzt noch mal kurz hier gucken. Ist er nach Hause jetzt? Oder sitzt er am PC? Ach nee, da. Der liest. So, aufreizend posieren. Warte, stopp. Ich muss mal grad gucken. Freundlich. Geschenk mir. Angst vor Vampiren. Bitte Outfits zeigen. Okay. Das funktioniert noch nicht. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen mehr kennenlernen. Ja, mal nach dem Tag fragen. Den Tag verschönern. Das ist doch sehr schön. Ein bisschen Einschleim sozusagen. Kokett. Ein scheues Lächeln, einen koketten Witz haben dir sich die Atmosphäre so geschaffen. Okay. Ich hoffe, das geht alles gut. Genau. Setzt euch mal wieder hier hin und plaudert ein bisschen. Okay. Die plaudert noch ein bisschen. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Die plaudern. Zelda arbeitet noch ein bisschen. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Das ist total interessant hier, überhaupt generell alles so zu sehen findet. Ja, du kommst zu spät zur Arbeit. Das stimmt. Da gucke ich mal. Oh, die Energie ist jetzt fast so runter zumindest. Jetzt wird er müde. Aber warum ist der Hunger schon wieder voll? Das verstehe ich nicht. Das ist echt seltsam. Das ist komisch. Weil hier gibt es ja nichts weiter zu essen. Das ist komisch. Komisch, komisch. Mal sehen. Wir werden ihn noch ein paar Tage da lassen. Und ansonsten müssen wir mal irgendwas anderes unternehmen. Ich bin gespannt, wie das weiter wird. Sie ist selbstsicher. Das ist gut. Tja, Paola kann ja nicht ewig da unten bleiben, ne? Obwohl, er kann schon. Ich meine, es geht. Es würde schon gehen. Bitten zu gehen, kennenzulernen. Ich würde eher so auf die Freundesschiene noch mal versuchen. Andere Sims Outfit zeigen. Bewunderung ausdrücken. Okay, habe ich nicht gerade gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder? Ja, habe ich gesagt. Ich sage hier, es ist so interessant irgendwie zu sehen, wie sich das entwickelt. Ich würde sagen, wie gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.